was geht ab herzlich willkommen zu meinem neuen video und wir machen direkt weiter mit season 5 woche 2 und zwar die herausforderung basketbälle zu treffen fünf stück muss man treffen der erste ist hier bei dem sport zwischen title und snobby hier den schulen rein machen wahrscheinlich geht das jetzt jedes mal daneben muss los sehr schön das ist der erste jetzt die anderen vier so nummer zwei ist hier bei snobby man sieht schon unter uns ist der basketballplatz wir müssen jetzt hier nur landen im korb werfen diese natürlich treffen und fertig ist das ganze wir hoffen mal dass es klappt so herzlich willkommen hier beim korb nummer drei und dieser befindet sich in der containerstadt hier ist der basketballkorb wir treffen den und getroffen willkommen oder gleich folgt nummer vier und fünf bis gleich so willkommen zu nummer vier bei euch geht das irgendwie schneller bei mir dauert das länger okay nummer vier befindet sich hier bei junk junction ein bisschen weiter abseits aber dafür hat man seine ruhe gucken treffen wir von hier direkt ach der wirft wie so musst du genau batsch und fertig nummer vier jetzt die nummer fünf so kommen wir zu nummer fünf ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr das video mit euren freunden teilt mich abonniert für den tägliche herausforderungen oder wöchentliche herausforderungen mir netten kommentar schreibt alles das was man halt so gerne hört würde ich mich auch sehr darüber freuen ja nummer fünf ist bei retail es gibt einmal noch einen bei title hier oben bei paradise und bei plisend ob sie das sind die die mir bekannt sind ich habe euch als fünf rausgesucht die nicht so überlaufen sind wir hoffen war dass wir jetzt rein machen nein natürlich nicht jawohl ach der verkehrt und jetzt was willst du natürlich nicht doch nicht diesen jawohl und jetzt ist er drin okay das war's ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich über einen netten kommentar freuen haut rein bis zum nächsten mal ciao